Hallo, mein Name ist Martin Wolfram. Ich darf im Rahmen des Digitallehrgangs von APA Campus gemeinsam mit Stefan Bruckner zum Thema Videostrategie vortragen. Dabei geht es darum, in den Social Media Kanälen Online-Videos so einzusetzen, dass sie ihr Publikum optimal erreichen und sich möglichst auch verbreiten. Welche Kanäle sind für sie wichtig? Welche Inhalte und welche Arten von Video funktionieren in den Social Media Kanälen und vor allem, wie entwickeln sie selbst eine individuelle Strategie, die ihr Unternehmen, ihr Produkt oder ihre Institution einzigartig macht? Beschäftigen Sie sich gemeinsam mit uns mit den wichtigsten Inhalten im Netz. Mit Videos.